Kasia, was treibt dich denn auf die Inhorgenta 2017? Natürlich der Schmuck, ja. Ich bin hier in Girls Heaven und da bin ich gerne. Dein persönliches Highlight von heute? Die Modenschau, selbstverständlicherweise. Also ich habe mir natürlich auch die Aussteller angeschaut, aber die Modenschau war wirklich toll und wertig und sehr klamourös gemacht, ganz toll. Hast du für passende Schmuckstücke gefunden? Naja, ich produziere ja meinen Schmuck selbst und habe jetzt für Swarovski gearbeitet als Designer, als Exklusivdesigner. Kasia von Kadenza ist ja immer noch in den Läden, die aktuelle Kollektion. Und heute habe ich auch übrigens einen Teil von meiner, von meinem Zweitbrand an, Fast Class Hippie. Sieht sehr, sehr schön aus. Da muss ich später auch nochmal auf dich zurückkommen. Kasia, wie geht es denn jetzt weiter heute Abend? Also jetzt wird erstmal ein bisschen Party gemacht. Wir nehmen jetzt ein paar Häppchen und das eine oder andere Gläschen zu uns. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß für heute Abend. Tschau. Wir auch. Tschau.